Wenn du nur Luft im Hirn hast. Wir sind das Pizza-Playhouse und wir machen die Dinge nur auf eine Art, auf meine Art. Und die Persönlichkeit eines Puddings. Dann gibt es nur eins, was hilft. Wir brauchen Gitarristen für die Band. Rock'n'Roll. Hey, ich glaube, wir haben ihn gefunden, den schlechtesten Gitarristen der Welt. Davon hat Martin immer geträumt. Ich möchte der größte Rockstar auf der Welt sein. Lindsay weiß, dass das nicht so einfach ist. Ihr braucht den Jungen zum Vorspielen am nächsten Samstag, oder? Also hol ihn in die Band, okay? Sie weiß, Los Angeles ist gefährlich. Du musst mir deine Seele verkaufen. In Ordnung. Aus Martin wird Angel. Wo bin ich? Willkommen zu Hause. Mit den schnellsten Fingern der Rockgeschichte. In sechs Monaten bist du der größte Rockstar in der ganzen Welt. Ich weiß. Angel ist die Antwort auf all meine Gebete. Aber Martins Träume... Hey! Was zum Teufel geht dir vor? ...werden zur Alb träumen. Wenn du einen Deal mit dem Teufel machst, ist immer ein Haken dabei. Die Wahrheit ist noch schlimmer. Ist das noch Geschäft, Angel? Es ist ein Geschäft mit dem Tod. Schock and Dad. Bleib stehen, Arschloch. Mach, dass du hier rauskommst. Schock and Dad. Bop in my brain. Schock and Dad. Ein Film, der unter die Haut geht. Asking funny, but I don't know why. Schwarze Magie, das ist doch Blödsinn. Excuse me while I kiss the sky. Tracy Laws and Chuck and Dad. Hey! All around. Schock and Dad. If I'm coming up or down. Bye! Vielen Dank.